Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank an die Veranstalter. Wirklich eine ganz toll organisierte Veranstaltung, auch mit den Demos draußen. Ich denke immer bei VR, man muss es erleben, sonst ist es ganz schwer, darüber zu sprechen. Man kann es auch schlecht in Filmen wiedergeben. Man muss es erlebt haben, dann hat man ein gemeinsames Verständnis davon. Also ganz toll, dass auch die Demos hier sind. Nee, das ist gar nicht meine Präsentation. Aufwässerkeitsverlauf, auch wichtig. Ganz kurz umgestellt, vielen Dank. Ja, ich möchte gerne über die medienpsychologischen Implikationen und Effekte sprechen von VR. Sicherlich eine ganz große Frage, auch in der Forschung derzeit ganz viele Fragezeichen hierzu. Es ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Die VR-Forschung ist gar nicht so jung. Die erste VR-Brille wurde schon vor 60 Jahren zum Beispiel erfunden und die VR-Forschung, die aktive, ist auch schon ungefähr 30 Jahre alt. Ganz viele Sachen gab es auch schon, in den Laboratorien. Die waren nun unheimlich teuer und klobig. Und jetzt gibt es das eben auch im Wohnzimmer. Natürlich in einem viel besseren Standard, muss man dazu sagen. Aber die Forschung ist schon relativ alt, 30 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Und viele Ingenieure, Computerwissenschaftler, auch zunehmend Psychologen haben sich schon viel damit auseinandergesetzt, mit VR-Technik und den Erleben und das immer weiter optimiert. Darauf baut die heutige Entwicklung auch auf. Ein zweites Forschungsfeld, was man benennen muss, ist eine Forschung, die eigentlich gar nichts erst mit VR zu tun hatte und erst neuerdings zunehmend integriert wird oder zusammen verschweißt wird mit der VR-Forschung. Und das ist eine interdisziplinäre Forschung zum Bewusstsein. Was ist eigentlich das menschliche Bewusstsein? Was ist das Selbst? Wie konstruiert das Gehirn überhaupt eine Empfindung? Das ist mein physischer Körper. Hier bin ich verortet. Da spielen die Neurowissenschaften eine ganz große Rolle. Philosophie, Psychologie. Metzinger ist ein großer Name zum Beispiel, der Kollege aus der Universität Mainz, der hier auch eine große Rolle spielt. Dazu später noch mehr. Und ich möchte als drittes Forschungsfeld die Unterhaltungsforschung erwähnen. Medienpsychologie, Kommunikationswissenschaft, die auch schon viel Wissen generiert hat, zum Beispiel zu Videospielen. Und das dürfte man nicht vergessen, weil natürlich die VR sicherlich noch mal qualitativ was Neues ist, aber auch hier und da viele Überlappungsbereiche gibt, sodass wir auch Wissen übernehmen können zum Teil. Häufig wird dieses Virtualitäts-Kontinuum als Einstieg gezeigt, um mal ein bisschen zu verorten, was ist eigentlich virtuelle Realität? Wir hatten ja auch schon viel dazu gehört. Ganz links befindet sich hier die Realität, die kennen wir alle. Und wenn man jetzt mal die Virtualität weiter hochfährt, dann haben wir erstmal eine augmentierte Realität. Microsoft HoloLens zum Beispiel ist ja eine Entwicklung, die vielleicht noch viel Furore machen könnte. In der augmentierten Realität sieht man die Wirklichkeit, wie sie hier ist, zum Beispiel diesen Raum, aber es werden virtuelle Objekte oder Personen eingewendet, die räumlich korrekt sich durch den Raum bewegen. Das ist sehr eindrücklich, wenn man das mal erlebt hat. Und das könnte auch einer der großen Hypes werden. Vielleicht ist es gar nicht die Virtualität, sondern die augmentierte Realität, die eigentlich die Zukunftstechnologie ist. Das muss sich alles noch erst herausstellen. Wenn man die Virtualität weiter hochfährt, dann haben wir ganz am Ende die komplette Virtualität. Hier ist mein sensorischer Eindruck eigentlich komplett von einem Computer evoziert. Man kriegt also nicht mehr den visuellen oder auditiven Eindruck aus der Wirklichkeit mit, sondern hat eigentlich die sensorischen Eindrücke komplett vom Computer vermittelt. Und das ist dann eben die virtuelle Realität, wie sie hier gerade eben schon sehr schön vorgestellt wurde. Ganz kurz zum Anwendungsbereich in VFR. Das kann ich kurz machen, da haben wir auch schon viel darüber gehört. Meine persönliche Sichtweise hier. Unterhaltung ist, glaube ich, einer der Killer-Application-Bereiche. Wenn wir von Mass Adoption von Massen im Medium sprechen werden, weil VFR dann vermutlich unter anderem durch die Adoption im Unterhaltungsbereich VR-Spiele, muss ich zwar noch zeigen, wie das genau aussehen soll, aber da sind natürlich die Early Adopters, die sagen, das gebe ich jetzt aus, das Geld für die Technologie. Pornografie wird tatsächlich eine relativ große Zukunft ja auch prognostiziert im VR-Bereich, aber auch VR-Filme zum Beispiel spielen auch eine große Rolle, auch unter zum Beispiel erholsame VR-Umgebungen. Ich reise mal eben, sage ich mal, nach Haiti an den Strand und bin dann im 360 Grad im immersiven Umgebung und erhole mich mal fünf Minuten. Das hat ja auch einen Unterhaltungskarakter. Social VR ist der zweite große Bereich, denke ich, der zu Massenaneignungen führen könnte. Man darf nicht vergessen, Facebook zum Beispiel ist mit Milliardeninvestitionen in den Bereich gegangen, hat Oculus Rift gekauft, eine der großen VR-Head-Mounted Displays, also VR-Brillen. Und Zuckerberg zum Beispiel sagt ja auch voraus, dass Facebook eigentlich ein skupfernden Social VR werden soll, sodass die Leute immersiv sozusagen im immersiven Umgebungen den anderen sozial begegnen. Ich denke, das sind die zwei großen Bereiche, die zu Massenaneignungen führen könnten. Daneben gibt es natürlich noch spezialisierte Bereiche vom VR, die auch große Bedeutung erlangen können. Im Bereich der Training und Ausbildung zum Beispiel an Schulen, an Universitäten in spezialisierten Ausbildungen für Mediziner, für Piloten, für Soldaten zum Beispiel. Da spielen VR-Umgebungen jetzt schon eine große Rolle. Therapie, schon angesprochen, ist mittlerweile schon ein recht etablierter Bereich sogar. Man kann sozusagen mit VR, weil die Leute ja glauben, sie sind jetzt wirklich konfrontiert, zum Beispiel in einer echten Spinne oder stehen auf einem Wolkenkratzer und gucken in die Tiefe. Man kann damit eben die Leute konfrontieren mit ihren Ängsten und das ist ja einer der großen Mechanismen in der Konfrontationstherapie. Man kann also hier relativ erfolgreich die Angst vor Spinnen therapieren oder die Angst vor Höhen oder die Angst vor sozialen Ängsten, wenn man vor Leuten steht und frei reden muss, zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Arbeiten, da wird VR vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Vermutlich, denken Sie einfach daran, dass man Long Distance Travels, also Reisen über den Kontinent, über den Ozean ersetzen kann, weil man nicht mehr das Face-to-Face-Meeting braucht. Man kann eigentlich die anderen in der VR treffen und das wäre vielleicht auch für die Umwelt in Zukunft gar nicht verkehrt. VR-Journalismus hat auch relativ viele Schlagzeilen bereits gemacht. Zum Beispiel die New York Times macht das ganz erfolgreich. Ich denke nicht, dass es den normalen Journalismus in irgendeiner Weise ersetzen wird oder den diversifischen Beitrag, aber als Anreicherung, dass man zum Beispiel mal sich umguckt im Flüchtlingscamp und aussieht, im wirklichen Flüchtlingscamp sieht, links und rechts, wie es wirklich dort aussieht, kann VR auch eine wichtige Rolle spielen. Was ist Virtualität? Da möchte ich jetzt natürlich psychologisch weiter einsteigen und auch dazu haben wir schon einiges gehört. Man könnte erst mal sagen, es ist doch eigentlich eine Kombination von Sachen, die wir schon kennen. Zum Beispiel aus Computerspielen kennen wir die Interaktivität, ich kann die Umgebung verändern und aus dem 3D-Kino kennen wir sozusagen die Darstellungsqualität, da habe ich eine Tiefe des Raumes. Und im Prinzip fügt Virtualität das irgendwie zusammen. Was hier psychologisch allerdings passiert, ist mehr als nur einfach eine Addition von Dingen, sondern da kommt qualitativ ein neues Erleben bei heraus und das geschieht eben durch die Sensormotorik. Also zum Beispiel in der Interaktion habe ich ja muskuläre Bewegungen, ich möchte zum Beispiel etwas greifen, weil ich bewege meinen Kopf und in diesem Fall senden meine muskulären Signale an das Gehirn und diese muskulären Reize werden sozusagen gekoppelt an einen sensorischen Reiz. Zum Beispiel habe ich einen muskulären Reiz, dass ich meinen Kopf bewegt habe und dann kommt ein sensorischer Reiz, visueller Reiz auf meiner Netzhaut und das Zusammenspiel wird vom Gehirn sozusagen interpretiert zu einem sinnvollen Ganzen. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie sind in einem weißen Raum und sehen einen schwarzen Punkt und der bewegt sich nach rechts, dann hat die Bewegung eine unterschiedliche Bedeutung in Abhängigkeit davon, ob Sie den Kopf nicht bewegen, dann bewegt sich natürlich der Punkt oder Sie bewegen Ihren Kopf, dann bleibt der Punkt fix, aber Sie haben Ihren Kopf bewegt. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Motorik und sensorischen Eindruck ist wichtig für das Gehirn, um zu verstehen, was ist jetzt eigentlich hier Sache, was ist die Realität, wo bin ich eigentlich gerade verortet. Und VR macht nun eben das möglich, indem es sozusagen durch sogenanntes Tracking die Kopfbewegung zum Beispiel abtastet oder die Handbewegung, zukünftig vielleicht auch den gesamten Körper und dadurch eben sozusagen die muskulären Reize antizipiert, eben eigentlich im Prinzip mitnimmt und gleichzeitig einen korrekten sensorischen Eindruck liefert, zum Beispiel über das Head-Mounted-Display. Und dadurch gibt sich für das Gehirn ein sinnvolles Ganzes und unmittelbar das Gefühl, das stimmt jetzt, das ist Realität, weil so funktioniert nun mal Realität. Das Gehirn konstruiert dauernd die Wirklichkeit in der Tat. Es gibt nicht die Wirklichkeit, sondern das Gehirn ist dauernd, wie in so einer Hypothesen testender Forscher am Arbeiten, auf Grundlage von sensorischen Eindrücken, was könnte das denn jetzt gerade sein. Und das wird eben durch diese sensormotorische Zusammenschwer-Virtualität sehr gut bedient und dadurch ergibt es eine qualitativ neue Erlebensform. Wir sprechen hier von Immersion oder eben Präsenzerfahrungen. Ganz wichtig vielleicht noch, VR deckt eben zunehmend sozusagen die sensorische Wirklichkeit ab, sodass ich eben gar keinen auditiven oder visuellen Reiz aus der Wirklichkeit mehr mitkriege. Und dadurch ergibt sich dann auch erst die vollständige Immersion der VR. Die Zukunft, denke ich, der VR liegt übrigens darin, weitere sensorische Kanäle zu bedienen, um noch stärkere sensormotorische Integration und damit noch ein stärkeres Erleben hervorzurufen. Und zum Beispiel die Haptik-Forschung ist hier schon sehr weit fortgeschritten. Ich erwarte in den nächsten Jahren, dass das auch in die Wohnzimmer Einzug gehalten wird. Und das ist ein kleines Beispiel, was jetzt schon eigentlich möglich ist und vielleicht noch zu teuer ist für den Normalanwender. Jetzt muss ich kurz fragen, ob der Film abgespielt werden kann. Thanks to the VR-MR headsets, we can now easily observe and hear the virtual world. But when can we interact with it more naturally? Presenting the new Dexmo, exoskeleton that captures the hand motion and lets you physically touch the virtual objects. Dexmo is light, wireless, and is equipped with cutting-edge variable force feedback and motion capture abilities. Dexmo takes immersion to the next level by simulating a real sense of touch. It physically pulls back your fingers to fit the shape of the virtual objects and it dynamically changes the force applied to simulate their stiffness. So they can not only feel the physical presence of the object, but also tell the difference between a virtual stone and a virtual rubber duck by just squeezing them. There are also materialeigenschaften sehr unmittelbar fühlbar und man kann wirklich Dinge greifen. Man braucht dann eben vielleicht nicht mehr die Hilfsmittel wie einen Block in der Wirklichkeit, sondern kann das auch über diesen Handschuh sozusagen illuminieren, was natürlich noch zu einem kompletteren Gesamteindruck führt. Ich hatte gesagt, die sensor-motorische Integration führt zu etwas qualitativ Neuem. Also Virtualität führt eben zu einem Nutzer erleben, was man schwer beschreiben kann. Man muss es erlebt haben und in der Forschung nennen wir dieses Nutzer erleben Präsenz, Präsenzerfahrung. Es gibt drei verschiedene Arten, die man unterscheiden muss. Die räumliche Präsenz, ich fühle mich unmittelbar in dem virtuellen Raum anwesend, als ob mein Körper dort rein teleportiert worden wäre. Die Leute sagen dann, ich bin dort, being there. Räumliche Präsenz. Soziale Präsenz ist, wenn zum Beispiel ein, sagen wir mal, computer-evoziertes künstliches Wesen in meinem Nahbereich eben ist, in dem virtuellen Raum, dann habe ich das Gefühl, da ist eine andere Intelligenz in meinem Nahbereich, der beobachtet mich. Und das ist soziale Präsenz, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht alleine, da sind auch noch andere. Und dann gibt es die Selbstpräsenz. Und die Selbstpräsenz ist eine zunehmend wichtigere Präsenzeigenschaft. Vielleicht jetzt, mittlerweile würde man sagen, vielleicht sogar die wichtigste, weil hier geht es darum, dass ich das Gefühl habe, das bin wirklich ich, der da in dem Raum ist. Das ist mein Selbst. Ich bin hier verortet. Ich habe sozusagen meine physische Hülle verlassen, die im Labor steht oder jetzt eben im Wohnzimmer. und ich bin wirklich in dem Raum. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Dinge, die passieren in der Virtualität, mir persönlich, meinem Ich passieren. Das Gehirn denkt, hier kommt wirklich jemand auf mich zu. Obwohl das natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Hier haben eben dieser Forschungsbereich, die Neurowissenschaften, große Beiträge jetzt geliefert, die wir in der VR-Forschung hervorragend gebrauchen können, weil sie sich damit beschäftigt haben, wie ist das eigentlich, der Körper? Woher weiß das Gehirn eigentlich, wo ich gerade verortet bin? Und sie haben zum Beispiel auch außerkörperliche Erfahrungen untersucht, die ja häufig berichtet werden, also in der Geschichte häufiger berichtet wurden, wo einer das Gefühl hat, ich bin gar nicht mehr in meinem physikalischen Körper anwesend, sondern ich konnte mich von außen sehen. Meine Seele, wird häufig gesagt, hat den Körper verlassen und schwebt da auf einmal im Raum. Diese außerkörperlichen Erfahrungen können mittlerweile experimentell im Labor evoziert werden. Man kann das also Leuten zufügen. Und die Forschung dazu hat gezeigt, dass sozusagen, was unsere physikalische Hülle ist, unser Körper, nicht dasselbe ist, wie unsere Konstruktion, wo wir eigentlich verortet sind, unser Selbstmodell. Diese beiden Dinge sind getrennt und man kann das manipulieren und sozusagen beides auseinanderzerren. Was wichtig ist, die Body Ownership Illusion, dazu zwei Slides sozusagen. Man kann sozusagen jetzt auch manipulieren, dass Leute das Gefühl haben, das ist mein Körper. Oder das ist mein Körperglied zum Beispiel. Wir kennen das bereits von Phantomgliedern. Wenn einer apportiert wurde, sage ich mal, dann hat er immer noch das Gefühl, ich habe da immer noch einen Arm. Aber diese Sachen lasse ich ihm nun auch experimentell hervorrufen. Ganz berühmt geworden ist diese Gummihand-Illusion. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Das ist jetzt auch ein Beitrag zum Beispiel vom WDR, Quarks und Kaspers. Ein ganz simples experimentelles Setup, aber sehr eindrückliche Erfahrung. In diesem Fall sehen Sie hier die Frau, die Probandin, die sozusagen deren linker Arm ist durch einen Sichtschutz abgetrennt. Den sieht sie nicht mehr. Und stattdessen wird da eine Gummihand hingelegt, ein Gummiarm mit einer Gummihand, hier im Bild. Und das allein ist noch nicht genug, um zu sagen, oh, das ist wirklich meine Hand. Aber wenn man jetzt diese beiden gleichzeitig taktil stimuliert, dann ergibt sich wiederum eine Kopplung zwischen Gefühl, weil die wirkliche Hand fühlt ja den taktilen Reiz, und optischen Reiz. Ich sehe allerdings nur die Gummihand. Und dann switcht etwas um im Gehirn und man hat das Gefühl, das ist wirklich meine Hand. Die Leute haben wirklich ein Gefühl in der Hand, man kann das auch physiologisch nachvollziehen. Und das Experiment endet häufig damit, dass mit einem Hammer auf die Gummihand gehauen wird, was wirklich brachial ist, ich weiß gar nicht forschungsethisch, wer das damals zugelassen hat. Weil die Leute wirklich nicht nur überrascht sind, sondern zum Teil Schmerz berichten, wirklichen Schmerz berichten, und zumindest höchst irritiert sind, und ängstlich sozusagen, die ihre wirkliche Hand dann wegziehen und dann merken, okay, es ist so. Das zeigt, man kann Körperteile auf einmal, man kann das manipulieren, dass man das Gefühl hat, das ist mein Körperteil. Die große Frage in der Forschung war, jetzt können wir das auch mit dem Gesamtkörper machen, Ganzkörperillusionen. Kann ich meinen Körper verlassen und das Gefühl haben, ich bin in Ihrem Körper anwesend, zum Beispiel. Das ist tatsächlich jetzt technisch möglich. Man kann das machen und es ist noch nicht mal kompliziert. In diesem Aufbau, ein berühmtes Experiment mittlerweile, könnte man sagen, in der Forschung, Längen-Hacker-Teil, was die gemacht haben, die haben jetzt auch mit Virtualität bereits gearbeitet. Hier sieht man den Probanden rechts im Bild, der eine Virtualitätsbrille, also ein Display auf hat und der wird von hinten gefilmt und sieht sich also eigentlich selber von hinten in der virtuellen Realität, nur etwas räumlich versetzt, zwei, drei Meter nach vorne. Er wird nun von hinten der Rücken stimuliert, also wieder ein taktiler Reiz und er sieht das auch, wie das stimuliert wird. Und das führt nun dazu, dass man auf einmal das Gefühl hat, nicht mehr in seinem eigenen Körper anwesend zu sein, sondern in dem virtuellen Körper, also in dem man in der Virtuellen Realität sieht. Und man fängt auch an, sich räumlich falsch zu verorten, dass man nicht mal steht jetzt hier, sondern man denkt, man steht dort, wo sozusagen die virtuelle Illusion stattfindet. Und hier konnten also sehr starke Ganzkörper-Illusionen bereits evoziert werden. Und die Neurowissenschaften haben sich erst mal gar nicht für Virtualität richtig interessiert, sage ich mal. Aber jetzt ist der Sprung natürlich deutlich. Es ist jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, im Prinzip liefern die Neurowissenschaften hiermit den Mechanismus, der passiert, wenn man in einer Virtualität anwesend ist. Dass man nämlich sich nicht nur einfach mit dem Avatar identifiziert, was immer das sein mag, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, das bin ich selbst. Dass das Körpermodell und auch sogar das Selbstmodell zum gewissen Teil an den Avatar, also an die Figur in Virtualität gekoppelt werden. Einen ganz kurzen Einschub, der wichtig ist, und da wissen wir in der Forschung fast noch gar nichts drüber. Das wird immer nur so als Anekdote, als kleiner Satz am Rande gesagt. Es gibt zwei Verarbeitungssysteme im Gehirn, zumindest die hier wichtig sind fürs Medienleben, da ist auch meine eigene Forschung dran gekoppelt. Wir wissen immer, es ist nicht real. Wir wissen auch in der VR, das ist nicht real. Sie können jeden immer fragen, denken Sie, das ist die Wirklichkeit? Nein, nein, ich bin jetzt in der Virtualität, ich weiß, es ist nicht real. Dieses Wissen darf man nicht ganz unterschätzen. Wir haben auf der anderen Seite ein Verarbeitungssystem, was automatisch dieses Gefühl von Präsenz hervorruft. Ich fühle mich jetzt anwesend, ich weiß auch nicht warum, aber es ist jetzt einfach so, in der Sekunde, Beruchteil einer Sekunde bin ich anwesend in der VR. Das ist ein automatisches Gefühl. Die Frage ist, die große Frage, auch für ethische Implikationen, inwieweit lässt sich dieses Gefühl im Schachhalten regulieren, vielleicht einordnen, durch besseres Wissen, dass es ja doch nicht real ist. Inwieweit kann ich mich davon distanzieren, von diesem automatischen Gefühl? Das wissen wir überhaupt nicht. Und es gibt generell wenig Modelle und Forschungen, überhaupt wie diese zwei Verarbeitungssysteme ineinander greifen. Wir gehen häufig intuitiv davon aus, dass wenn man mit gewisser Medienkompetenz und Wissen, dann können wir das schon alles im Schach halten, sage ich mal, diese automatischen Gefühle. Bei der VR bin ich mir zunehmend weniger sicher, ob das alles noch so, ob diese Intuition richtig ist. Jetzt aber mal zu den Effekten von Präsenz. Generell, das ist jetzt erstmal ein Einstieg, müssen wir eben von der Selbstpräsenz ausgehen. Ich habe, dass Leute das Gefühl haben, das bin ich jetzt wirklich selber. Da gibt es Effekte, die wir unterscheiden können, nämlich, dass die Leute anfangen, sich an den virtuellen Körper, ihr Selbstmodell an den virtuellen Körper anpassen. Das ist nicht trivial. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt jetzt die ersten Studien, Sie sind ein Mensch, die sind in einer virtuellen Rolle oder ein Körper, der drei Arme hat. Dann fängt an, ihr Gehirn, ihr Körpermodell zu verändern und hat wirklich das Gefühl, Sie hätten drei Arme. Oder wenn Sie in einem Körpermodell sind, in der Veterinität, wo die Armbewegung ein bisschen anders ist, wo zum Beispiel Ihr Kopf größer ist oder ein größerer Mensch sind, dann können Sie nach einer Stunde Ihr Körpermodell daran adaptieren und wenn Sie in der Wirklichkeit wieder sind, gibt es sogenannte Re-Entry-Probleme in die Wirklichkeit und dann schütten die Leute, wenn sie was trinken wollen, sich was ins Gesicht, weil Ihr Körpermodell muss erstmal wieder umgestellt werden. Das sind aber kein trivialen Effekte, sondern relativ tiefgreifende eingreifende Effekte. Adaption an virtueller Rolle ist dann eher symbolischer Natur, stellen Sie sich vor, Sie sind wochenlang in der Rolle eines Kriegers, sag ich mal blöd, in der virtuellen Realität und erleben sich selber als Krieger. Dann könnte es hier auch gewisse Einflüsse auf das Selbstkonzept geben, auf die Vorstellung vom eigenen Ich, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Neben diesen Effekten von der Selbstpräsenz müssen wir auch die Effekte von der Umgebung beachten. Die Umgebung wirkt ja auch realer. Ich kann sie auf einmal greifen, ich kann durch den Raum gehen und was hier passiert, um das ganz kurz zu erklären, normalerweise gehen wir von einer sogenannten psychischen oder psychologischen Distanz zum Medienprodukt aus, ist so ein bisschen wie ein Horrorfilm. Da kann ich zwar beängstigt sein, aber im gleichen Augenblick weiß ich, es ist nicht real und ich kann mir auch ein Kissen vor das Gesicht halten. Ich kann mich sehr leicht distanzieren. In der VR ist das alles viel schwieriger. Die psychologische Distanz ist viel geringer und die Nähe zum Selbst in diesem Augenblick, wenn ich die VR nutze, viel größer sozusagen. Dadurch werden die Ereignisse eben viel eindrücklicher und wichtiger für das Selbst. Wir sehen ein durchweg höheres Erregungsniveau der Leute in der VR und auch viel stärker ausschlagende Emotionen im positiven und negativen Sinne in der VR. Das heißt, die Wirkmächtigkeit der VR ist wirklich viel größer, als wir das von bisherigen Medien gewohnt sind. Hier mal ein Katalog an Effekten, die wir jetzt auch die Studien schon belegen können. Viele haben mit dem Körpermodell zu tun, zum Beispiel, wenn man seine physische Hülle verlässt und in der VR ist, dann vermindert sich tatsächlich nachweislich die Körpertemperatur. Die wird herunterreguliert. Als ob das Gehirn, sage ich mal, sagt, der Körper ist das nicht mehr so wichtig. Das kann ich ein bisschen unterwandeln. Schmerzempfinden ist deutlich reduziert. Das wird auch in der Therapie genutzt zum Beispiel. Wenn ich mir dem physischen Körper Schmerz zufüge, ich bin aber in der VR, dann merke ich das nicht so doll. Das wird aber auch für gute Zwecke in der Tat genutzt. Rollenadaption, Perspektivwechsel, es gibt hier Studien. Einerseits hatte ich Ihnen schon erklärt, wenn ich in den Avatar reingehe, eher VR, dann adaptiere ich mein Körpermodell. Also das Wissen oder das implizite Wissen meines Gehirns, wie funktioniert eigentlich mein Körper, wo sind meine Arme, wie bewegen die sich. Das kann sich verändern, das kann adaptieren. Und zweitens gibt es hier auch so eine symbolische Adaption, zum Beispiel eine Studie der Universität Stanford, da wurden Leute in einen kindlichen Avatar reinversetzt oder einen erwachsenen Avatar. Die Avatare sind exakt gleich groß gewesen, die Perspektive war exakt gleich, die Umgebung war gleich, aber Leute im Kinder-Avatar haben alles als viel größer erlebt, vermutlich aufgrund eines gewissen Priming-Effekts, weil man denkt, Kinder sind eben klein und das ist alles größer. Das heißt, hier gibt es auch automatische Anpassungen an die Symbolik der Figur, in die man sich reinversetzt. Studien haben auch gezeigt, wenn man zum Beispiel jetzt, sag ich mal, als Mensch mit hellerer Hautfarbe sich in einen Menschen, in einen Avatar mit dunklerer Hautfarbe reinversetzt, dass das nachweislich direkt die implizite Fremdenfeindlichkeit, die unbewusste Fremdenfeindlichkeit reduziert. Es gibt also auch sehr positive Effekte, die natürlich mit der VR verbunden sind. Was mir sehr wichtig erscheint für die Medienethik ist eben dieses, dass das selbst in der VR direkt irgendwo auch bedroht ist. Schon in der Gummihand-Illusion haben wir das gesehen, dass wenn man im Hammer draufsteht, man Angst hat, dass der eigene Körper beschädigt wird. Aber wir haben das auch gerade eben noch gehört, dass sozusagen die Umgebung eine viel größere Relevanz hat und Bedrohung in der Umgebung eben auch als viel beängstigender wahrgenommen wird und der Stresslevel dadurch höher ist. Sie haben vielleicht schon davon gehört, eine große Diskussion in der Social-WA war, dass am Anfang die Frauen belästigt wurden und da kamen wirklich zumindest mikrotraumatische Erfahrungen rausgekommen, dass die Frauen gesagt haben, ich wusste, es ist nicht real, aber das war wirklich traumatisierend für mich, dass da einer in meinem Nahbereich eindringt und mich sexuell belästigt. Und das zeigt eben wieder einmal, wie stark die Verquickung zwischen Körper und Avatar ist. die Umgebung dürfen wir nicht vergessen, hat auch Effekte, das ging jetzt eher um das Selbst, die Umgebung zum Beispiel verändert sich in VR auch, wir treffen hier künstliche Wesen zum Beispiel, die, weil sie einen Körper haben, physisch zu existieren scheinen, weil sie gut animiert sind und da gibt es gewisse Gesetzesmäßigkeiten, scheinen sie auf einmal zu leben, wir wissen, das ist nicht wahr, aber intuitiv haben wir das Gefühl, sie scheinen zu leben und sie sind präsent im Nahbereich und damit ergeben sich ganz neue Implikationen auch für virtuelle Charaktere, die nicht nur sozial wahrgenommen werden, das habe ich selber zu Computerspielen auch schon Forschung gemacht, da wissen wir auch schon mal Computerspielfiguren, dass da eine soziale Wahrnehmung ausgelöst wird, aber sie werden halt stärker sozial wahrgenommen, stärker als Lebewesen interpretiert, subjektiv im Augenblick und haben damit auch moralische Bedeutung. Da kann man sogar anfangen, ein bisschen rumzuspielen in philosophischen Fragen, müssen virtuelle Wesen eigentlich auch mit Anstand behandelt werden? Also zumindest subjektiv gefühlt wissen wir, wenn man jetzt virtuelle Wesen schädigt, dass man sich schlecht dabei fühlen kann, weil man das Gefühl hat, intuitiv, da habe ich gar ein Lebewesen geschädigt, was wir normalerweise eben nicht machen. Langfristige Effekte sind natürlich total wichtig für die Medienethik-Diskussion, hier wissen wir leider am allerwesen drüber, da muss ich also, jetzt kann ich nur Vermutungen präsentieren, da gibt es eigentlich auch noch nicht Forschung, wir brauchen unbedingt Forschungsprogramme dafür. Hier stütze ich mich stark auf Metzinger, ich glaube Metzinger, ich weiß gar nicht, ob es Englisch oder Deutsch und da werden auch in ihren vielbeachteten Publikationen sozusagen werden verschiedene langfristige Effekte vermutet. Sucht ist natürlich immer ein Kandidat, da muss man sich fragen, ist das anders als bei Computerspielen, das ist nicht ganz klar, das ist ja sehr gut erforscht, Mediensucht, aber warum sollte das bei Virtualitäten anders sein, aber natürlich immer ein wichtiger Kandidat im Auge zu behalten. Depression in Folge, Substitution echter Kontakte, die Frage bei Social VR, ich bin jetzt nur noch im virtuellen Raum, ich rede nicht mehr mit Menschen aus Fleisch und Blut, fehlt dann da irgendwas, ist da weniger? Ganz schwierige Frage, so einfach ist das nicht zu beantworten, weil Virtualitäten vielleicht so real sind, dass eigentlich das selbe ist wie Face-to-Face und dass da eigentlich auch nichts verloren geht. Das ist ein interessanter Effekt, wenn ich immer im Avatar mich aufhalte, also das Körpermodell des Avatars übernehme oder das mein Selbst ist für viele Stunden, dann könnte etwas eintreten, was eigentlich schon als psychologisches Problem bekannt ist, nämlich eine Depersonalisation oder Derealisation, Leute, die diese mentale Störung, sage ich mal, haben, die fühlen sich fremd im eigenen Körper, die fühlen sich wie Roboter, die sagen, irgendwie fühle ich mich wie die Melanette, die gesteuert ist und die Mutmaßung ist hier, dass das eben stärker auftreten könnte, je mehr die Leute sich in Virtualitäten aufhalten. Veränderte Selbstvernehmung, wer sozusagen wochenlang in der Rolle eines Kriegers, der meinetwegen 2,50 Meter groß ist, durch Virtualitäten läuft und sehr erfolgreich, sage ich mal, die Umgebung dort manipuliert, Bäume ausreißen kann, der kann sie eventuell tatsächlich danach noch weiter eben in dieser Kriegerrolle wähnen. Diese Transfer-Effekte machen, sind hier zumindest viel plausibler als es bei Videospielen und es gibt auch schon Forschungen, die zeigt, der sogenannte Proteus-Effekt, Proteus nach dem griechischen Gott, der seine Gestalt verändern konnte. Wenn man also in der VR ist und einen gewissen Avatar annimmt, zum Beispiel einen drei Meter großen Avatar in der VR hat, dann tritt man erstmal selbstbewusster auf und aggressiver und diese Effekte halten auch hinterher an, wenn man nicht mehr in der VR ist, jedenfalls kurzfristig im Labor. Zum Beispiel in Verhandlungen im Labor waren die Leute dann immer noch selbstbewusster und aggressiver. Das ist ein Beispiel. Das gleiche mit attraktiven Avatar, wer einen attraktiveren Avatar hatte, trat in der VR selbstbewusster auf oder hat sich mehr in den Nahbereich anderer Menschen in der VR gewagt und hinterher im Labor war er eher bereit, mit sehr attraktiven anderen sozusagen ein Blind Date einzugehen, weil er sich immer noch als attraktiver gewähnt hat, obwohl er wieder zurück in der Wirklichkeit war. Ja, das Clash of Realities ist da noch nicht eingetreten. Antisozialne Moralvorstellung muss man erstmal hier so hinstellen. Die Frage ist natürlich, wie lernen wir eigentlich über Moral oder Normen und wenn das jetzt aber relativ realistisch ist, die Darstellung und man sich da viele Stunden aufhält, warum soll dann nicht auch ein stärker Lernerfolg oder eine Lernleistung sozusagen vonstatten gehen, auch was sozusagen die in vielen Computerspielen natürlich ermöglichte antisoziales Verhalten zum Beispiel betrifft. Eine letzte Sache noch, irrtümliches Lernen, da gibt es Modelle, die prognostizieren oder zeigen eigentlich schon, je stärker der sensorische Eindruck ist, je facettenreicher, desto mehr macht das Gehirn Fehler bei der Unterscheidung, das habe ich eigentlich aus der Wirklichkeit oder aus einem Medium gelernt. Es gibt ja diese Erinnerungsfehler, wo weiß ich das eigentlich oder ist mir das eigentlich richtig zugestoßen oder war das ein Film? Und hier werden also viel stärkere Erinnerungsfehler vorhergesagt, weil eben die sensorische Eindruck viel besser ist in der VR, sodass Leute also zunehmend wahrscheinlich Fehler machen müssten und sagen, na, das habe ich selber erlebt, aber eigentlich haben sie es nur in der VR erlebt. Fazit, meine letzte Folie, ethische Implikationen schließe ich natürlich jetzt an all diese Effekte an, da konnte ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht komplett darauf eingehen. Als Forscher muss ich sagen, wir brauchen noch erstmal mehr Forschung. Längerfristige Effekte, ganz wichtig, müssen wir erforschen, wir wissen es einfach nicht. Wir können nur mutmaßen, das ist zu wenig. Ich würde sagen, das alte Wissen sollten wir nicht vergessen. Wir wissen etwas über die, ob gewalttätige Videospiele Leute längerfristig aggressiv machen oder nicht, da gibt es auch Modelle zu. Wir können das auch anwenden. Dieses Wissen kann man durchaus auch adaptieren, vielleicht muss man es nochmal ein bisschen hier und da hinterfragen. Was ich andeute, das ist mein Fazit eigentlich von den Effekten. VR wird viel intensiver als bisherige Medien. Traumata müssen ernst genommen werden. Wir sehen die ersten Spieleentwickler im VR-Bereich, die eigentlich so eine Art Selbstzensur machen und sagen, das ist zu hart, das ist zu krass. Selbst unsere Tester fanden das verstörend, das machen wir nicht. Das wird nicht gezeigt im VR. Man kann nicht den Kopf abhacken von einem Freund, der im Multiplayer spielt. Das ist zu viel. Und die nehmen dann das Feature wieder raus. Sie regulieren sich also selbst. Substantielle Effekte auf unbewusster Ebene, Körper- und Selbstmodell wird verändert, die müssen wir in Betracht ziehen. Und eben das Medienwissen, die Medienkompetenz, dieses provisionale Wissen, das eigentlich mir sonst immer verhilft, das ist ja nicht real, ich kann mich distanzieren, das denke ich, ist schwächer. Also es hat nicht mehr so eine Wirkungsmacht wie bisher. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie kann man sich überhaupt eigentlich vom VR wirklich schützen? Vielleicht darf man bestimmte Sachen einfach nicht zeigen, weil dieses nachträgliche Einordnen, das ist ja nicht real, vielleicht gar nicht mehr so wirkungsmächtig ist, wie es bisher war. Das wäre sozusagen, was ich präsentiere. Vielen Dank. Gibt es eine Frage an Thilo Hartmann? Sie haben jetzt kurz die Gelegenheit, eine Frage loszuwerden. Ja, ich habe viel geredet. Da ist deine, Clemens Schwender. Vielleicht, mit dem Mikro ist vielleicht besser, wegen der Aufzeichnung. Genau. Also den Effekt, dass man Medien und Realität verwechseln kann, ist ja nichts Neues. Nichts Neues. Gibt es seit 1895, der Zug fährt ein. Was heißt das sozusagen jetzt auch in anderen Bereichen? Man nimmt mal die parasoziale Interaktion, muss man die auch neu denken? Oder war die noch nie real und jetzt ist auch immer noch nicht real? Oder wird Fiktion jetzt noch realer? Also die Debatte ist eröffnet. Ja, vielen Dank für die Frage. Parasoziale Interaktion ist übrigens die Interaktion mit Medienfiguren über die Distanz. Ich habe das Gefühl, da guckt mich einer aus dem Fernseher an, zum Beispiel. Das gibt es schon beim Nachrichtensprecher. Ich denke, das hat eine ganz andere neue Qualität natürlich in der VR ist. Diese soziale Präsenz ist nicht dasselbe wie diese parasoziale Interaktion auf Distanz. Ich habe da wirklich unmittelbar das Gefühl, hier bewegt sich jemand, ein soziales Wesen, ein lebendes Wesen, was Volumen hat, was existiert dadurch, was Fläche einnimmt, sag ich mal blöd, durch meinen Nahbereich hindurch. Und das hat auch für das Selbst, für die Selbst, in diesem Augenblick ganz andere Konsequenzen und Implikationen. Ich habe unmittelbar das Gefühl, es könnte mich diese andere schädigen, zum Beispiel. Das habe ich bei der parasoziale Interaktion, wenn ich einen Nachrichtensprecher sehe, ist das viel psychologisch distanter. Da kann ich vielleicht kurz den Eindruck haben, der guckt mich an, aber ich habe da jetzt keine Angst, dass der mir im nächsten Augenblick eine runterhauen könnte, sag ich mal blöd. Das könnte, aber in der VR ist das völlig anders. Da denke ich, dass sich da ganz neue Facetten ergeben. Ich frage mal weiter, ganz kurz noch, Sie sagten ja, dass mehr Forschung vonnöten ist, vor allem was jetzt langfristige Wirkung von VR betrifft. Wie realistisch ist es denn überhaupt, dass ich mich fünf bis zehn Stunden oder noch viel länger in VR aufhalte, sodass eben wirklich dauerhafte Wirkungen entstehen können? Na gut, Cyber Sickness, also es einem schlecht wird, ist natürlich nach wie vor ein Problem. Die Probleme wurden angesprochen mit der Bewegung, mit dem sensorischen Konflikt zwischen Bewegung und optischem Eindruck. Das ist immer noch nicht so richtig zufriedenstellend gelöst. Und deswegen, selbst Viehspieler gehen erstmal nicht davon aus, zur Zeit, dass sie stundenlang dort verbringen werden. Aber gut, wenn ich jetzt Medienevolution mir über die Jahrhunderte angucke, denke ich, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis auch solche Probleme gelöst sind. Das Gleichgewichtsgesinn, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Im Innenohr oder so komme ich nicht so gut ran. Aber generell denke ich, habe ich mein Gefühl, das wird in den nächsten Jahren gelöst. Und dann können die Leute sich viel länger drin aufhalten. Das glaube ich, also technisch glaube ich, dass es gelöst wird. Die Frage war nur praktisch. Also wo soll ich mich praktisch fünf bis zehn Stunden oder länger in der virtualen Realität aufhalten? Ja, also entspannen am Strand würde ich gerne ein paar Stunden, könnte ich mir das vorstellen. Ich als jemand, der natürlich auch mit Videospielen groß geworden ist, ich will unbedingt, sage ich mal, durch eine Fantasy-Welt laufen, mehrere Stunden. Ich meine, wer Rollenspiele zum Beispiel spielt im Videospielbereich, alle Leute, mit denen man spricht, sagen, ich will jetzt endlich komplett da sein und das Gefühl haben, dass ich das auch selber bin und ausführe. Also eigentlich, die Videospieler warten eigentlich drauf, habe ich das Gefühl. Und die würden natürlich lieben gerne auch Stunden dort verbringen. Warum nicht? Es ist ja auch viel spannender als die Realität. Eine Frage noch, bevor ich Sie in die Pause entlasse. Es ist ja so, dass alle Medien sozusagen uns aufladen mit Gefühlen, mit Emotionen, auch Filme, auch Bücher, dass man da in Fantasiewelten geht, so eben auch die virtuelle Realität. Können wir nicht davon ausgehen, dass wir uns irgendwann auch an die so weit gewöhnen, dass wir uns besser abgrenzen können, als es jetzt in den Anfangszeiten der Fall ist? Naja, es gibt auf jeden Fall immer einen Neuigkeitseffekt. Erst mal so, oh, man ist überwältigt, aha, Effekt und der muss man jetzt erst mal ein paar Monate oder Jahre abwarten, der wird sich abnutzen, sozusagen. Aber, dass man sich jetzt komplett an die zum Beispiel Implikationen für das Selbst, die damit verbundene Erregung und auch die Ausschlag der Emotionen, dass man sich daran gewöhnt, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir könnten gewisse Gewöhnungseffekte, gibt es natürlich dieser Art, zum Beispiel in der Aggressionsforschung, dass man irgendwann nicht mehr so emotional reagiert, wenn man den hundertsten Toten sieht, sage ich mal. Aber ob das jetzt bei der VR auch, ob man das einfach so übertragen kann, das bezweife ich noch. Das ist eine schwierige Frage, weil es hängt damit auch zusammen, wie stark können wir dieses Wissen, dass es nicht real ist, wie stark kann das eingreifen, zum Beispiel in die emotionale Verarbeitung. Das ist bei VR nicht so einfach zu beantworten. Ich meine auch, wenn man sich zum Beispiel einen Film anschaut, dann ist man ja emotional noch eine Weile hinterher drin und in dieser Welt, aber irgendwann kann man sich ganz gut abgrenzen, wieder von seiner realen Welt und dem Film. Und so könnte ich mir das auch bei der virtuellen Realität vorstellen. Naja, also erstmal viele Effekte der VR, die wir jetzt schon nachzeichnen, sind unbewusst und implizit. Das heißt, wir wissen gar nicht, dass das mit uns passiert. Dann ist es auch schwieriger, die zu regulieren, zum Beispiel durch besseres Wissen und so weiter. Wenn man natürlich nicht in der VR ist, dann nimmt die sensorische Wirklichkeit wieder überhand und die fängt wieder an, gegenzuarbeiten, zum Beispiel mit dem Körpermodell. Man schüttet sich das Getränk ins Gesicht beim ersten Mal, aber wenn ich eine halbe Stunde warte, dann bin ich wieder der Alte und kann wieder nochmal trinken. Das passiert automatisch, man muss nicht drüber nachdenken, das ist einfach, weil die Sensorik die Wirklichkeit wieder überhand nimmt. Aber viele Effekte, wenn ein Film einen länger beschäftigt oder so emotional, dann muss man halt immer gucken, was ist eigentlich zugänglich, auch für die Selbstregulation. Und ich denke, bei VR haben wir auch sehr profunde Effekte mit dem Körper- und Selbstmodell zum Beispiel, die eigentlich erst mal das Körpermodell zumindest gar nicht bewusst sind. Und dann ist auch die Frage, kann ich es eigentlich hinterher wieder korrigieren? Ich könnte mir gut vorstellen, dass vieles mit einem geschieht, ohne dass man es weiß. Und deswegen, dass das auch nicht so korrigiert wird. Okay, klingt erst mal ein bisschen spooky, aber gut. Ja gut, soll ich konkretisieren? Nee, nee, ist so. Vielen Dank bis hierher auch. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause, da würde ich Sie alle, also alle, ist noch eine Frage? Nicht, ah ja, sorry. Ja, ist noch Zeit dafür? Ja, klar. Ich überlege, habe jetzt gerade nochmal umgekehrt überlegt, wie Sie, und wollte Sie fragen, wie Sie den umgekehrten Effekt einschätzen. Ich habe eine sehr schöne Ausstellung gesehen von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube es ein Jahr oder anderthalb Jahre her von Harun Farroki im Hamburger Bahnhof hier, im Museum. Und zwar hat er gezeigt, wie US-amerikanische Soldaten nach Einsätzen, also nachdem sie sozusagen in Kriegen eingesetzt waren und dann mit Traumata ja zurückgekehrt sind aus diesen Kriegen, mit VR-Brillen oder mit solchen Technologien im Grunde genommen wieder reingesetzt, reinversetzt wurden in die Situation, um dann sozusagen das zu therapieren auf einer gewissen Art und Weise. Ich fand das da sehr, also er hat das sehr sozusagen aus einer Beobachterperspektive dargelegt, es war ja auch eine Ausstellung, ging auch sozusagen natürlich um eine Form von Gesellschaftskritik, aber mich, was mich schon bewegt hat, war halt die Überlegung, inwiefern kann, kann sowas gelingen, was passiert, also Sie sind wirklich zusammengebrochen auch wieder, die waren auch zum Teil wieder in der Situation, zumindest das, was man gesehen hat, was gezeigt wurde, aber kann das gelingen irgendwie, das fand ich halt schwierig, dann ein Verhältnis zuzukriegen. Wie schätzen Sie das ein? Sehr gute Frage. Ich hatte ja vorgestellt, eine Einwirkungsbereiche, die eigentlich schon läuft, was schon etabliert ist, ist sozusagen Einsatz der VR in der Therapie und die Therapierung von posttraumatischen Belastungsstörungen, zum Beispiel bei Soldaten, da wird VR schon länger eigentlich eingesetzt, sehr erfolgreich auch, meines Wissens, und ich finde, das macht auch total Sinn, wenn man sich vorstellt, wie es zuvor sozusagen die Konfrontation lief, das ist ja heute gedanklich dann gewesen, erheblich eigentlich nochmal nacherleben, was natürlich ein viel stärkerer, unmittelbarer Eindruck für das Selbst auch ist in diesem Augenblick und damit ist die Konfrontation viel härter, kann man sagen, viel intensiver und ich denke, wenn die, so weit ich die Ahnung habe von dieser Therapie, wenn die Konfrontationsintensität da wichtig ist, dann hat die VR natürlich da eigentlich sogar einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Methoden. Ich denke, das ist ein sehr gewinnbringender Weg. Da fällt mir noch einiges ein, man nennt es ja auch die Empathie-Maschine VR, also man kann ja auch positiv empathisch Dinge, Medienethik und negative Sachen entwickeln, genau. Alles klar, vielleicht kommen wir später noch dazu, vielen Dank, jetzt also, jetzt die Pause, nee, noch eine Frage, okay, das ist aber jetzt die letzte, weil sonst kommen wir in Verzug. Mikro kommt zu Ihnen. Ja, ich mache es auch ganz, ganz schnell. Bei der ganzen Forschung, die Sie jetzt beschreiben, wo man sagt, okay, ich kippe mir das Glas Wasser ins Gesicht, weil ich denke, mein Kopf ist größer, haben Sie natürlich jetzt den Luxus, mit Probanden zu arbeiten, die völlig unverdorben sind, weil die das natürlich nicht kennen. und wenn man jetzt sagt, ja, also die Immersion ist viel größer und die psychologischen Effekte, die VR auf mich hat, sind intensiver als beim normalen, sozusagen normalen Spielen und ich bin dann wirklich noch der Krieger in meinem sozialen Leben, obwohl ich nicht mehr im Spiel bin, meinen Sie, dass das vielleicht aber auch sich dadurch abschwächt, wenn Leute sich einmal das Wasser ins Gesicht gekippt haben und gelernt haben, dass das keine gute Idee ist und sozusagen dieser Effekt dann sich abmildert? Ja, sehr gute Frage. Das ist natürlich eine der großen Fragen. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, das hat nicht so viel mit Wissen zu tun, sondern das ist eher, ich will das ja nicht, das Glas Wasser mir ins Gesicht kippt. Mein Körpermodell ist mir gar nicht so bewusst zugänglich. In dem Moment denkt man, gehören eben, dass der Arm eigentlich normalerweise so zum Gesicht geführt wird und das muss ich erst mal wieder aneignen. Das ist wie diesen Spiegelbrillen, wenn ich alles auf den Kopf sehe für eine Stunde, dann gehe ich wieder in die Realität, dann sehe ich die Welt auf einmal auf dem Kopf. Da kann ich nicht einfach mich daran gewöhnen und sagen, ich will das nicht, ich will das jetzt steuern. Das ist einfach so. Das sind halt hochautomatische Prozesse und ich bin da sehr skeptisch, ob wir da auch durch besseres Wissen und auch Medienkompetenz so viel Zugriff drauf haben. Das würde ja implizieren, wenn ich das erst mal hundertmal gemacht habe, dann bin ich kompetent, dann weiß ich, wie der Hase läuft und dann kann ich es regulieren. Ich bin da nicht so sicher. Ich bin da eigentlich skeptisch. Wegen der unbewussten Effekte, die Sie schon ansprachen. Genau. Die können Sie jetzt auch an sich selbst testen, die unbewussten Effekte. Wir machen eine halbe Stunde Kaffeepause. Die Spielwiese, nenne ich sie mal, ist wieder eröffnet und ich will Sie einladen, wer es noch nicht gemacht hat, dort unbedingt mal VR auszuprobieren. Ist ein tolles Erlebnis, trotz aller Risiken. Alles klar, bis dann. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.